okay stück nummer zwei ja also wie gesagt wir machen jetzt eine cd die also diesen magischen touch hat wo sich der zuhörer mit mit ein bisschen fantasie auch vorstellen kann was dadurch durch die musik ausgelöst wird also zum beispiel das stück jetzt was wir jetzt spielen das nennen wir moonlight und also mondlicht und ich denke mal es ist mir mit sicherheit nicht ganz gelungen aber ich denke mal man kann sich das mondlicht in gewisser weise vorstellen weil musik soll ja auch vorstellung auslösen naja machen wir einfach mal ja Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Feeling so strange Saw the moonlight Feeling so strange Feeling so strange Untertitelung. BR 2018 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 I said, woman, you are the woman. 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 I said, woman, you are the woman. I said, woman, you are the woman. I said, woman, you are the woman. Musik Das da Moonlight Ja